Hey Mike! Ah, Servus Summit! Wie hat dir unser Video Workshop eigentlich taugt? Ganz cool! Und bei dir? Ich finde am besten einfach, dass man sich mit dem Schnitzer wegbeamen kann. Apropos, ich gehe sowieso auf den Weihnachtsmarkt auf den Drink. Hey! Hallo Summit! Wo ist Mike? Der ist beim Christen gemacht. Ah echt? Cool! Hey Summit, wir sind alle im Weihnachtsmarkt. Wieso kommst du nicht? Bei mir funktioniert das Schnipsen nicht. Das Schnipsen, das ist doch ganz easy. Warum funktioniert es bei mir nicht? Dasileri hier war schon fertig. Wir machen alles auf die Schöne und zu einem Lohn, Das ist auch ein schönes Stück. Wir machen nichts zu erzählen! Und wir machen alles auf die Schöne. Wir machen alles auf die Schöne und wie mit einem Schöne. Okay. Das machst du, oder? Wo soll ich das einfach unten schieben? Schnippst du mich jetzt echt weg noch oder nicht, oder? Ich lege es am Boot, okay? Warte mal, schnippst du mich noch oder nicht? Wie jetzt? Wer schnippt? Schnippt sich jetzt niemand weg, oder? Hä? Wie jetzt? Also, es schnippt sich niemand weg, oder schon? Du meinst mal so als Gag. So, uno, dos, tres!